Diese Sendung wird unterstützt von Aquadynamic. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Grüezi und ganz herzlich willkommen beim Fenster zum Sonntag. Heute begrüsse ich Sie aus dem verschneiten Kanton Schweiz und zwar bin ich hier bei der Husky Lodge von der Erlebniswelt Muttotal. Bei Minustemperaturen Eis und Schnee fühlen sich die Husky so richtig im Element und da ist tatsächlich schon einiges los. Im Element sein, das ist unser Thema heute. Wir stellen Ihnen Menschen vor, die eine Leichtigkeit haben bei dem, was sie machen, weil sie ihre Leidenschaft leben. Und zwar ein Gleitschirm-Testpilot, ein Goldschmied und ein Hotelierpaar. Bei mir ist jetzt Medea Lindauer. Sie ist Gästeleiterin und Mascher und mit ihr bin ich heute unterwegs. Medea, gibt es nie Kritze, wenn so viele Hunde auf einem Haufen sind? Ja, wir haben hier natürlich schon über 40 Hunde bei uns, die hier im Einsatz sind. Ja, man kann es ein wenig vergleichen mit einem Schulhaus. Das kann man eigentlich noch gut so anschauen. Weil jetzt sind sie in der Klassenzimmer, da ist auch immer ruhige Stimmung. Sobald sie hier raus sind, ist natürlich der Pausenplatz eröffnet. Und die wollen miteinander spielen, lachen, aber es wird auch gestritten und diskutiert miteinander. Aber das ist ja ganz natürlich bei diesen Hunden. Medea, was hast du diesen Hunden hier gegeben? Nein. Sie haben es morgen bekommen. Sie brauchen natürlich ein wenig Power für den ganzen Tag. Sie haben immer viel los bei uns. Das ist ein wenig zu trinken, dass sie eine gewisse Fleissigkeit aufgenommen haben für den ganzen Tag, dass sie auch bereit sind. Wir machen jetzt gleich die Hunde bereit. Aber vorher stellen wir Ihnen noch Michael Maurer vor. Sein Element ist die Luft. Als Gleitschirm-Testpilot liebt er es, ans Limit zu gehen. Jede Woche ist er zig Stunden in der Luft und doch wird es ihm nie zu viel. Das ist super. Das ist etwas, das im Winter extrem Spass macht. Und da kann man richtig mit dem Gleitsch spielen und auch mit dem Schnee. Das ist halt ein wenig wie am Meer, am Sand, aber noch ein wenig besser. Beim Fliegen bist du in einer anderen Position. Du siehst verschiedene Berge, die man kennt, aus einer anderen Perspektive. Du kannst wirklich jeden Tag fliegen und jeden Tag ein anderes Erlebnis haben. Ein Bergsteiger ist auf einem Gipfel und hat eine schöne Aussicht. Aber wir können drüber fliegen und einfach die Aussicht erweitern. Bis zum Alter von 23 Jahren fliegt Michael Maurer als Hobbypilot. Seitdem ist er Testpilot für die Firma ADVANCE. Wenn es das Wetter erlaubt, ist er täglich in der Luft. Heute geht es von der Lenk auf die Metschalm. Dort testet er einen Schirm für Neueinsteiger. In erster Linie ist es für einen Einsteiger wichtig, dass der Schirm gut startet. Dass er nicht schwierig ist zu starten, egal bei welchen Bedingungen. Und in der Luft muss er dann sicher sein und das testen wir in Zeit. Das Pflanztol ist etwas grösser, etwas tipptopp. Die Reaktion ist super. Die sind noch etwas die heiklesten. Das passt. Was wir noch machen müssen, ist eine komplette Strömungsabrisse. Beide Bremsen ziehen. Weg. Und den Haaren. Dann kommt der etwas dynamisch. Dann machen wir es bereit für die Landung. Dann machen wir es weiter. Im Hauptbüro in Thun werden die Schirme und das Zubehör entwickelt und vermarktet. Michael bespricht sich mit Konstrukteur Silas Bosco, schildert ihm seine Erfahrungen. Es ist extrem wichtig, ohne die kann ich nicht weiterarbeiten. Es ist wie ohne Rückmeldung, wie blind Auto fahren. Wie hast du jetzt? Wir haben mittlerweile sehr gute Simulationstools. Aber es ist immer nur eine Momentaufnahme. Laborbedingungen. Und wir fliegen eigentlich nie bei Laborbedingungen. Insgesamt drei Testpiloten fliegen für Advance. Die Testschirme wie auch die Serienprodukte fertigen 300 Näherinnen in Vietnam. Zum Gleitschirmsport findet Michael durch seinen Bruder Kriegel Maurer, dem aktuell wohl besten Gleitschirmpiloten der Welt. Er hat mich eigentlich zum Fliegen gebracht. Er ist für mich ein lebendes Handbuch, wo ich zu jeder Zeit nachfragen kann, wenn ich etwas wissen muss oder möchte. Und drinnen habe ich auch viele erreicht, die ich sonst nicht hätte erreicht. Also, das ist eher die Schuld. Dass Kriegel viel bekannter ist als er, das störe ihn gar nicht. Lieber er als ich, also im Rampelicht. Da bin ich lieber ein bisschen weiter hinter. Mit dem Konstrukteur für die Gurtzeuge bespricht Michael, wo der Notschirm platziert wird und ob er sich einfach genug ziehen lässt. Im Idealfall ist es halt, wenn man einem Problem arbeitet, dass man auf eine Lösung kommt, die man zusammen erarbeitet. Also gerade bei den Gurtzeuge ist das sehr oft eine sehr enge Zusammenarbeit, wo man Sachen gerade auch im Atelier anpassen. Und das ist das Beste, wenn man dann auf eine gute Lösung kommt, wo man zur Zerrierreife kann bringen. Und bei den Schirmen genau gleich ist es. Durch seinen Job bereist Michael die ganze Welt. Er fliegt die unterschiedlichsten Modelle, um möglichst für verschiedenste Ansprüche einen passenden Schirm mitzuentwickeln. Wir sehen in der Natur so viele schöne Sachen, die man mit dem Gleitschirm insbesondere auch wirklich anschauen konnte. Das erstaunt mich auch schon irgendwie, dass es ein Aufbau ist, was man alles erlebt. Und der Glaube gibt mir insofern einen Halt drin, dass ich einfach weiss, dass ich gut aufgehoben bin und dass es ein Plan da ist für mich, den ich anliegen kann. Beim Fliegen ist dort schon... Weil es halt Fliegen ist, gibt es gleich mal das Leben, sage ich mal. Es ist für mich hilfreich, wenn ich einfach kann, ja, ich kann wissen, dass jemand zu mir guckt. Ich weiss, wenn etwas passiert, dann bin ich gut aufgehoben. Und ja, es ist noch schwierig zu beschreiben. Es ist, man muss es erleben. Am Ende des Testtages in der Lenk packt Michael seinen Akrobatikschirm aus. Man muss das Wetter gut im Griff haben und wissen, was geht. Der ist ausgeliefert für das Kunstfliegen, für die extremen Flugmanöver zu machen, die wir bis zu 6,5 G, 7 G erreichen. Und es hat mehr Dynamik, dass wir ja kommen. Genug Spide macht, umso mehr Freude. Und dann machen wir das. 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 Jetzt würden wir die Leine reichen. Jetzt können wir eine kleine Tiefe. Sie müssen das ab und zu korribieren. Das ist ein blahes Fliegen. Ja, das geht doch. Ehrlich? So ein Tag so schliessen? Sie haben schon recht, oder? Seht euch, oder? Und den Gallup habe ich auch. Sie haben jetzt ein spezielles Geschirr, lieber. Es ist nicht ganz einfach, um es anzulegen. Dann erkläre ich es dir schnell, damit du auch weisst, wie es aussieht. Das kann man so schnell wie möglich machen, weil wir es nicht so gerne. So ein Pötchen durchziehen. Zwei, drei. Das macht mich super. Ja, das ist auch gut. So, gut. Dein Team haben wir hier vollständig. Mach ich. Genau. Und wie ist das? Kann man jeden Hund mit jedem kombinieren? Oder gibt es eingespielte Teams? Es gibt schon eingespielte Teams. Also wenn du ein gutes Team hast, hast du auch gerade mehr Motivation. Dann musst du natürlich schauen, dass auch gute Kollegen nebeneinander mitlaufen, weil sie mehr miteinander arbeiten. Und das muss natürlich auch stimmen. Es ist ja bei uns auch nicht anders so. Bei uns geht es jetzt gleich los, aber zuerst noch zu unserer nächsten Geschichte. Wer im Gastgewerbe erfolgreich sein will, der braucht grosse Einsatzbereitschaft, Ausdauer und klare Ziele. Das war Claudia und Rolf Stucki Fruttig schon als junges Paar bewusst. Trotzdem haben sie sich nicht abschrecken lassen und den Traum eines eigenen Hotels in Angriff genommen. Wow. Schau dir das mal an. Und den Ort mit dieser Lage. Wir haben dann schon einmal einmal gesagt, du, wenn ich hier wohne auf dieser Welt. Dieser Gedanke motivierte Rolf und Claudia Stucki Fruttig vor 15 Jahren, als junges Ehepaar den Nittwaldnerhof zu pachten und zu führen. Ihre Wohnung liegt nur wenige Meter vom Hotel entfernt. Die Aussicht und die Situation, das ist wirklich, das ist weltklasse. Und es war eigentlich auch genau das, was wir gesucht haben. Ein nicht zu grosses Haus, eine Gastronomie, die grösse, die stummen hat. Die beiden notierten sich damals, was ihnen wichtig ist. Wir haben die Konzepte geschrieben. Und das ist einfach so geflossen. Leben und Arbeiten zu Hause, wo man sich wohlfühlt. Genau das ist so das Wohlfühleffekt. Wenn man doch an einem Ort zuhause ist, sollte man sich wohlfühlen. Und dann ist das übertragbar auf die Mitarbeiter, was ja sehr wichtig ist, dass die das an den Gästen weiter übertragen können. Rolf beginnt seine Arbeit meist am späteren Vormittag. Sie dauert bis spät in den Abend hinein. Sie fanden Investoren, die ihnen zugetraut haben, sich als junges Paar hier durchzusetzen. Das motivierte ihn zusätzlich. Der Niedwaldnerhof ist wirklich unser Baby. Das durften wir zwar übernehmen, aber dann durften wir selber drinnen arbeiten. Wir konnten es kreieren. Wir konnten Dinge verwirklichen, die wir auch nicht von Anfang an hätten gedacht. Wenn man auch reinkommen kann und nicht immer das Gefühl haben muss, was ist jetzt wieder, sondern wenn man wirklich weiss, es läuft, es wird klug, jeder zieht den gleichen Strick. Das ist auch das Schöne. Dann kann man positiv und fröhlich in den Tag starten und weiterfahren. Rolf ist in einer Wirtefamilie aufgewachsen, lernte zuerst Koch. Er habe das Wirtegen im Blut, sagt er. Auch seine Grosseltern führten bereits einen Betrieb. Von Anfang an setzte er auf regionale Produkte. Als wir angefangen haben, hat man die Schlagwörter, die man heute kennt, aus der Region, für die Region. Das haben die Grossen noch gar nicht gekannt. Die hatten jemals das Gefühl, sie müssten sie so weit her schleppen wie möglich. Und ich habe von Anfang an gesagt, das kann es nicht sein, dass irgendetwas stimmt nicht. Für Claudia zeigte sich der Weg nicht zu geradlinig. Sie wollten beide Familie. Das war immer klar. Ich glaube, das geht jeder Mutter so, wenn sie Kinder bekommt. Man wird ja nicht darauf vorbereitet. Man weiss nicht, was auf einen zukommt. Und am Anfang war es sehr, sehr schwierig. Es ist ja sehr schnell passiert, dass wir ein Kind bekommen durften. Also Rolf war schon alleine, schon unten mit dem Niedwaldnerhof. Und es war sehr schwierig, dem zu gerecht zu werden. Denn es ist natürlich wie in der Familie und im Niedwaldnerhof gefühlsmässig alles darunter und drüber gegangen. Claudia konzentriert sich damals wie heute auf die Familie, nimmt sich Zeit für die Kinder. Nach dem Mittag fährt sie mit Jahren auf die Klevenalp zum Schlitteln. Ich glaube, am Anfang war es mir noch nicht so bewusst, wie wichtig es für mich ist, die Lebensqualität. Und dann mehr und mehr mit den Kindern, wie sie da integriert sind, wie es mit der Schule läuft. Das unterstützt halt. Man ist eingebettet, man ist mitgetragen hier im ganzen Dorf. Als die Kinder klein sind, fällt es ihr schwer, die Zeit so zu geniessen wie heute. Sie sieht, wie Rolf 15 Stunden am Tag arbeitet, vergleicht sich mit ihm und anderen im Team. Wenn ich mich noch mit den Leistungsträgern verglichen habe, habe ich in meinen Augen immer verloren. Weil dann habe ich zu wenig lange an einem Stück kennengeschaffen oder ich habe es nicht unter einen Hut gebracht mit dem Arbeiten und dem Kind. Dann habe ich mich manchmal zu wenig gut genug gefühlt. Die Situation zermürbt sie, obwohl Rolf ihr nie einen Vorwurf macht. Seit gut einem Jahr führt das Team einen Hofladen gleich neben dem Nittwaldnerhof. Claudia erzählt uns hier, wie sie aus ihrem Dilemma fand. Als ich Christin wurde, als Gott in mein Leben kam, hat sich die Spannung aufgelöst. Weil er mir gezeigt hat, was mein Part ist und dass das gut ist, mit dem, was ich mache, dass das genug ist. Es geht wahrscheinlich darum, dass ich mich selber angenommen habe, so wie ich bin. Und nicht mehr verglichen habe, gerade mit dem Rolf. Und ich merke, es gibt ja verschiedene Arten von Menschen und jeder bringt seinen Teil, gerade auch im Gastgewerbe, im Team. Sie liebe es, den Mitarbeitenden zum Jahresende Geschenke zu machen oder schreibe allen zum Geburtstag wertschätzende Worte. Da fühle ich mich sehr im Element, weil ich es einfach gerne mache und es fällt mir leicht. Und alles, was an einem noch leicht fällt, ist ja das, was zu einem gehört oder die Gaben von einem selber sind. Rolf teilt Claudias Glauben so nicht, empfindet ihren Weg und die Lösung, die sie für sich gefunden hat, jedoch sehr positiv. Es hat ruhiger gemacht. Und wir können heute auch viel offeniger und viel besser darüber reden und damit umgehen. Und dementsprechend ist das für mich eigentlich überhaupt kein Problem gewesen, sondern im Gegenteil. Es war sehr verbindend, Wertschätzung oder die ethischen Sachen, die in allen Religionen ja fest verankert sind. Beide finden sie ihren Platz, gestalten als Team das aus den 80er-Jahren stammende Haus um. Sie geben ihm ihre ganz persönliche, zeitgemäße Note. 50 Betten bietet das Hotel. Unter dem Dach bauen sie zwei grössere Suiten ein. Wir haben das ja nicht für uns selber gemacht, nur, dass wir jetzt etwas Cooles haben, sondern wir hatten auch immer im Fokus, dass es eine Kundschaft gibt, die nachfragen, so wie wir gerne Gast wären in einem Lokal oder in einem Hotel, dass es andere Leute gibt, oder so gerne wären. Es ist sicher halt einfach der Stil und die Einheit und wie es geworden ist, wo vielleicht am Anfang das Essen und Service gestimmt, aber einfach nicht harmoniert mit dem Ambiente. und jetzt ist es halt schon. Es hat mich mega stolz gemacht, einfach nachzumerken, und jetzt hat es alles unsere Handschrift. Das ist schon ein schönes Gefühl. Rolf zeigt uns den begehbaren Weinschrank. Er ist nach der Weinkarte aufgebaut, damit Gäste den Wein sehen können. Ich habe sehr gerne ein Risiko. Ich habe gerne immer wieder etwas Neues angefangen. Seit der Lehrzeit bin ich in der Gastronomie tätig und da bin ich ja verschiedenen Leuten begegnet in meinem Leben, die mit dem Alkohol nicht zu wenig Gute umgehen konnten. Ich habe es mehrmals erlebt, dass das die Existenzen gekostet hat, die Familien auseinandergebracht. Und wenn du nicht mehr daraus rauskommst, dann wird es sehr schwierig. Und auf der anderen Seite passt das eben sehr gut zu unserem Kulturkreis oder respektive. Das kommt auf der ganzen Welt gut an. Für Claudia ist es Zeit, zurück zur Familie zu gehen. Gefreit. Einfach, dass das zusammen Familienplatz hat, dass der Nittwaldnerhof Platz hat. Dass wir einfach so zusammen unterwegs sein können mit unserer Verschiedenartigkeit. Es ist Abend geworden im Nittwaldnerhof. Gäste aus dem Dorf und internationale Herkunft besuchen das Hotel und Restaurant. Das Risiko und die vielen Investitionen haben sich gelohnt. Natürlich immer wirklich ein tolles Gefühl. Das ist quasi der Lohn von der Arbeit, wenn das Restaurant schön gefüllt ist und Gäste schätzen. Da bist du wirklich im Element. auf. A, 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 a. A, 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 a. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das war super. Super. Man spürt, wie die Wände motiviert sind und die Kraft entdeckt haben. Ja. Aber die Kurve musste ich ein paar Mal halten. Ja, es ist eine Herausforderung. Aber du hast es super gemacht. Von Eis und Schnee wechseln wir jetzt an einen Ort, wo es so richtig heiss wird. Der Goldschmied Christoph Kaderli bringt Gold zum Schmelzen und hat mit seinen kunstvollen Kreationen auch schon Preise gewonnen. Schon von klein auf liebt es Christoph Kaderli mit seinen Händen kreativ zu sein. Heute fertigt er Schmuckstücke auf individuellen Wunsch. Jetzt bin ich eigentlich am Finish dran, von diesem Ring. Dann noch schön Hochglanz polieren, innen und die Seite. Und oben bei der Fassung. Und sonst auf der Seitenfläche hat er auch eine Struktur. So eine kleine Nuggetstruktur. Dann so das Gold, wo es schön eigentlich vorne kommt. Das klassische Gold fasziniert ihn besonders. Es bleibt unübertroffen in seinen Eigenschaften. Gold ist eigentlich schon das optimale Metall, kann man sagen. Es ist halt wunderbare Farbe. Und man kann es wirklich jede erdenkliche Form bringen. Mit Schmieden, man kann es gießen, biegen. Hauptsächlich stellt Christoph ihr Ringe her. Zwischen den Auftragsarbeiten bleibt manchmal auch Zeit für etwas Spezielles. Und dann gibt es auch immer wieder Sachen. Wie eben so etwas hier zum Beispiel, wenn wir schon gut sind. Was halt wirklich, ich sage mal, aus einem Impuls heraus. Dass man irgendwie das Gefühl hat, man will einen richtig schönen Löwenkopfring machen. Das sind Sachen, die Emotionen drin sind, wo ich sehr, sehr Freude habe, wenn man solche Sachen machen darf. Christophs Talent zeigt sich früh. Im Jahr 2005 gewinnt er den Prix Gauley, damals so etwas wie die Schweizer Meisterschaft für angehende Goldschmiede. In der Baselworld, also eine Schmuckmesse, war die Preisverleihung. Ich wusste, dass ich eigentlich etwas gemacht habe, was spannend ist. Aber dass ich das Ganze dort gewinnen konnte, so den grossen Preis von diesem Ganzen, hätte ich nicht erwartet. Dann war ich schon etwas baff. Die Erfolgsgeschichte geht weiter. Christoph erhält sofort eine Lehrstelle und später eine Anstellung. Bald kann er sich Teilzeit selbstständig machen. 2008 eröffnet er das Atelier «A Lifestyle» in Wattenwil. Es ist eigentlich auch sehr, sehr reibungslos ausgelaufen. Gut, mit viel Einsatz. Die ersten zwei Jahre lang habe ich keine Entlehnung für mein Arbeiten. Irgendwann schon meine damalige Freundin, hat sie auch gesagt, jetzt musst du ein Firmenkonto haben, dass du da richtig anfangen kannst. Dann hat sie gefragt, wie viel du in so eine Firma investieren könntest. Dann habe ich gesagt, sie baut 100 Franken. Kein lustiger Betrag. Nein, habe ich nicht gehabt. Und die Frau hat dann gesagt, sie würde auch noch 300 Franken geben. Dann hast du 1'000 Franken und dann kannst du anfangen. Der Kunde hat eigentlich Interesse an so einem Ring hier. Ich habe jetzt mal Ecken und Varianten gezeichnet. Er hat geschrieben, dass man mit einer Guldeinlage hier hier einen Vorschlag schicken würde. Und zwei Freunde, dass es dir abgeben könnte. Da könntest du schauen. Heute beschäftigt Christoph drei Goldschmiede. Keine Selbstverständlichkeit in einer Branche, in der es nur wenige Stellen gibt. Und Gravur auch innen drin. Nicht alles in Christophs Leben verläuft so reibungslos wie die Karriere. In den Teenager-Jahren ist er sehr nachdenklich. Er war ein Suchender, wie er heute sagt. Ich konnte mir nie vorstellen, dass die ganze Welt Menschen der Zufall entstanden sind. Da habe ich viel darüber nachher studiert. Dass man stirbt auch. Dass irgendwie nichts mehr von einem sein soll. Ich sage mal Gedanken, vielleicht in den Leuten, die bleiben. Und trotzdem, dass es nichts mehr geben soll, konnte ich mir nie vorstellen. Das hat mir wirklich Angst gemacht. Christophs Freundin ist Christin. Als sie einmal mit ihm betet, hat er ein Erlebnis, das ihn verändert. Zu einem späteren Zeitpunkt hat mich eine richtig tiefe Liebe überrollt. Mein ganzer Körper fing an zu riebeln. Ich habe einen wahnsinnigen Frieden in mir gespürt. Ich war richtig gefüllt. Für mich war eigentlich von diesem Moment klar, dass hier ein Gott rum ist. Ich habe die Berührung erlebt. Das hat mich einfach überzeugt. Ja, und heute, ein Jahr später, bin ich mit dieser Freundin geheiratet. Wir haben vier Kinder. Genau. Wir sind sehr glücklich zusammen. Seine Frau unterstützt ihn in der Geschäftsführung. Gemeinsam wollen sie christliche Grundwerte im Geschäft leben. So, dass man so unter der Angestellten aneinander unterstützen kann. Wenn man vielleicht auch Mühe hat, zum Beispiel, dass man das hier etwas anbietet, wirklich ehrlich in so ein bisschen Leben teilen, in dem dem Kunden ehrliche Angebote macht. Dann merkt man vielleicht, ich hätte da noch etwas, das auch etwas passen würde. Nicht, dass man das anbietet, sondern dass man belegt, was das Optimale wäre, was man anbieten könnte. Und dass man das dann auch macht. Kannst du dir das so ungefähr vorstellen? Genau, jetzt habe ich seit einigen drei Dingen vorgekommen, die du gerne mal probieren kannst. Wie jetzt die Firma entstanden ist, finde ich, das ist ein riesiges Geschenk. Dass immer genug Leute sein, immer genug Bütz, wo man ist, ist für mich gar nicht selbstverständlich. Aber ich muss auch sagen, wir versuchen auch, unseren Menschen möglichst drei zu geben, dass das so funktioniert. Das Herzigste haben wir uns extra auf den Schluss aufgehalten. Das Husky-Rudel hat Ende Jahr nämlich Zuwachs bekommen. Wie alt sind die mit dir? Die sind mittlerweile schon zehn Wochen alt. Und langsam schon gross und kräftig. Und wild sind sie miteinander vor allem. Ja, auf jeden Fall. Was passiert mit denen? Verkauft ihr die oder behaltet das? Die dürfen bis zum Schluss bei uns bleiben. Wir züchten dann für den eigenen Gebrauch. Und die dürfen von Anfang bis zu ihrem Lebensende bei uns bringen. Also auch bald die Schlitten ziehen. Danke vielmals mit dir, dass ich hier vorbeikommen durfte. Das war wirklich mega cool. Super Erfahrung. Danke. Sehr gerne. Danke schön. Wir sind am Schluss unserer Sendung und wie immer gibt es natürlich noch etwas zu gewinnen. Und zwar drei Übernachtungen für zwei Personen mit Halbpension im Niedwaldnerhof von der Familie Stucki Fruttig. Alles was Sie machen müssen, beantworten Sie folgende Frage richtig bis am nächsten Donnerstag. Was ist Michael Maurer von Beruf? In einer Woche begrüsst Sie wieder den Ruedi Osoran. Dann trifft er den ältesten Lehrling der Schweiz. Und in zwei Wochen wird bei mir Radtrag gefahren. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Machen Sie es gut und bis bald. Diese Sendung wurde unterstützt von Aquadynamik. Mein Wasserbett für einen erholsamen Schlaf. Wasserbett.ch